Beide Männer silbergrau, hinter ihr ein Holzfarroh, fallen über Hertha her. Bello fällt das Beißen schwer, Martha stand am Straßenrand. Doch dann ist sie durchgebrannt, als ich auf dem Motorrad unter ihrem Rock fast tat. In Afrika prahlt die Hilde, hatten's mit ihr 13 Wilde, doch nicht einer hier im Dorf sticht für unsere Hilde Torf. Hertha ist ein Leckerbissen, Martha gut mit Hilde beschissen, das sind die Kategorien, daraus kann man Schlüsse ziehen. Gestern hab ich beschlossen, meinen Sexshop zu verkaufen. Äh, was hab ich gesagt? Gestern hab ich versucht, meinen Schlips grün zu färben. Kennen Sie mich? Ich meine, der war schwarz. Ab und zu treffe ich mich noch mit Polizisten. Aber das interessiert wahrscheinlich keinen.